Was war das für ein spannende Spiel in der letzten Episode? Wir haben gekämpft Ey Wir haben gekämpft Wir haben gewonnen, aber nicht Ja, wir haben gewonnen Du hast uns jetzt aber verarscht bang ey Das war schon clever Hat uns jetzt mal richtig an der Nase lang gezogen Da war ich jetzt aber gerade auch Also da bin ich jetzt aus dem Fenster springen ne Eben und deswegen sind wir heute auch in Moskau Mann Was ist das denn mit seinem Mutterschiff? Mutterschiff Roskau Bahnmuseum bitte Ja das hat er beim ersten Mal auch gesagt Nur wir haben das falsch verstanden Bahnmuseum oder was? Ihr wisst was das ist ne Ich liebe die Stelle da Okay Ich finde das kann man am besten verteidigen Küche ist auch nice Küche ist mega Ist die von Ikea Ja Ok Jungs go Wir haben einiges gut zu machen Also gut zu machen eigentlich nicht mehr Wir müssen eigentlich nur weiterspielen Und dann müssen wir mal den Sieg holen Ist das denn jetzt wieder ranked? Ja ne? Das geile ist wir müssen jetzt Rekordzeit schaffen Weil der Dennis muss gleich weg Aber ist ja gar kein Problem für unser Seed RANKED 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 Schau mal die Wand Schlampe Was? Brauchst du das Muttersspiel mit oder was? Boah 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 Genau, Tobi. Hey Jungs, habt ihr alle Westen? Einer, drei Leute haben... Und dann kannst du noch drei Westen am gezogen, sorry. Das ist ja geil, oder? Dann ist alles super, Tobi. Dann hätten wir alles. Positions kennen wir ja alle, ne? Jaja, Position kennen wir. Echt kennen wir? Zwei Westen haben wir noch, die wir vergeben haben. Sollen wir ja auch zu machen? Sorry Jungs, ich bin schwanger. Schwanger? Passt nicht die Weste, oder? So, ich bin mal hier wieder, ne? Okay Jungs, Echsen... Äh, Echsen. Wir Echsen, oder was? Aktionsphase. Okay, geht mal alle auf eure Position. Hä? Ich hab gar keine Position. Okay, jetzt hab ich wieder eine. Gehst du da rein, oder was? Gehst du da rein, oder was? Ich geh da rein, ey. Okay, okay. Volles Risiko. Okay Jungs, ab geht's. Ich auch, komm, hier in die Ecke rein, scheiße. Okay, dann guck ich. Oh, 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 oh. Wird wahrscheinlich gleich hundertprozentig durch die Klappe was kommen. Willst du mich auf die Geschenke? Oh, drauf geschissen, sorry. Da oben ist er bei mir und Curry. Ja, ja, ja. Da oben. Ja, sehr gut, Deines. Gut, ey, das sind markiert. Luke, ne? Da irgendwo auch noch? Gute entdeckt. Da oben. Oben ist auf jeden Fall einer gewesen. Nice, Patrick. Super. Hey, Zett. Hey, Zett. Nice. Hey, Zett nimmst du den mal oben? Noch einer. Jawohl. Da ist aber noch einer. Hier oben. Hätt' ja klappen können, ne? Links, Curry. Okay, bei uns. Ja, 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 ja. Ist alles safe, oder? Alles süße, alles Curry. Ja, super, alles mega. Markier mal, wo sind die Curry? Hier. Okay. Okay. Ist der schon drin da? Ich weiß es nicht. Mach mal, bin ich schon drin? Ruhig, Jungs. Bitte ruhig. Wer ist der, wer ein Loch macht? Oben ist auch. Ah, ich mach die Luke nochmal so'n bisschen. High concept. Alter, das war das geilste Loch aller Zeiten, ey. Okay, ich glaub der ist oben, Dennis, oder? Ja, glaub ich auch. Nein, oben. Ah, hast du das? Hier, Freunde. Asch, ey. Der rennt aber wieder weg, der rennt aber wieder weg. Das ist Asch, ne? Ist ja Granatwerfer eventuell. Kutscher? Hä? Hä? Der Kutscher kennt den Weg. Boah, der kommt, Tobi, der kommt. Vorsicht. Okay, pass auf. Uh, uh, der Tobi packt aus. Rechts von dir, rechts von dir. Ja, Tobi, schön. Das war ja nie super, Jungs. Super, Jungs. Super, Jungs, sehr gut. Gut reagiert, ey. Boah, Patrick, gut die Klappe abgesaved, ey. Ja, bis zum Ende, ne? Ja, Tobi, so denkst du einfach, ja und jetzt? Weißt du, was willst du von mir, Alter? Als ob du jetzt da irgendwie loskommst. Ey, ich bin mal alles von McDonalds mit, hat Tobi sich gedacht. Okay. Ab geht's, Freunde. Mit Karamell, ne? Weihnachtsmarkt, bitte. Tobi, soll ich dir was erzählen? Letztens, als du das gegessen hast, bin ich danach echt auch noch hingefahren und hab mir auch eins geholt, ey. Nee, oder? Ich war überhaupt kurz davor, ne? Ich wär auch losgegangen, aber bei uns hat nix mehr los um die Zeit. Nix mehr los um die Zeit. Also kein, kein, au, offen. Kein offen, oder? Ach, fegt euch doch, Alter. Ach, der arme Killer. Also kein, kein McDonalds hat bei uns. Ben, ich war letztens in ne, ich war letztens im Kinoband und da hab ich nen Film, hab ich nen Film geguckt. Ja, Curry, so hören sich alle den Kleber an, das stimmt. Ähm, und zwar nen Film für dich. Ja, wir sind doch alle eine Familie. The Danish, The Danish Girl, guck mal. The was? The Danish Girl? The Danish Girl. The Danish. Ach, The Danish Girl, oder was? Versteht. Okay, ich hab ne Hunde verstanden. Ach, war das ein Pornokino? Hä? Okay, Jungs. Wo du die Vorhänge von den ganzen Kammern... Küche ist, Küche ist leer, oder was? Hm? Ja, ja. Küche ist leer, ja. Ich geh nach oben am Ersten. Ich glaub, ich hab... Ne, hab ich doch nicht. Erster, Erster. Da, wo wir waren. Zweiter. Ja, der steht da drüber. Ich hab dich zuerst gesehen. Jawoll, Alter. Okay, Patrick, wir gehen wieder oben nach die Klappe, ja? Also hier, Fenster. Weißt du, was ich mein? Dennis da im Stochel dran hängt. Ja. Nice! Hol das Ding! Jawoll, Dennis! Hey! Der Danish ist ja doch zu was zu gebrauchen. Ey, Patrick, was soll das denn, Mann? Wir sind ein Team. Der disst mich da auch immer. Ne, das... Wo ist denn die Kamera hier? Das macht man aber nicht. Ist schon kaputt. Ey, hier war früher immer ne Kamera. Früher war hier ne Kamera. Ach, da ist die. Hey. Ich bin ein G. War die nicht auf der anderen Seite? Gegegegege. Ey, guckt Kevin sich auf den Arsch, wenn er sich abseit, äh hochseit. Hauptsache so drei Interhaken hier, weil du auch hier ne Frau? Wo ist die Kamera? Äh, Kamera ist... Kameraden meinst du? Hier. Da, vor dir. Habt ihr die Kamera? Hä, hier oben ist eine? Kameraden. Ne. Ich spüre das Spiel noch nicht so lange. Was? Was ist los? Bei mir hier oben ist einer. Okay, warte, 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 warte. Ja, oder? Zack, kaputt. Kann ich da rein, Dennis? Zu dir? Weiß nicht, warte mal. Hä, wo ist der hin? Oh, ah, da fällt jetzt. Ah, da sind mehrere Curry. Die sind oben auch noch. Tobi? Hä, wie war das jetzt? Der ist nicht aufgeteilt Curry. Ja, ja, ich bin da im Raum. Okay, fertig, komm mal. Oh, wow, wow, okay. Ey, der sitzt nicht auf meine Kamera. Wie doof ist der denn? Ups. Tobi, passt da auf. Ey, die checken nicht, dass ich hier die ganze Zeit beobachte. Ich markiere die die ganze Zeit mal für euch, okay? No. Ey, sind die doof? Ich lenke mal hier ein bisschen ab, ne? Tobi, du merkst die Kamera die ganze Zeit nicht. Hi, guys. Wo? Ja, noch einer oben, Curry? Ja, ne? Ich gucke gerade. Ich markiere die ganze Zeit für euch. Ach, da unten, oder was? Okay. Ja, ich bin hier, Curry. Ist das sonst niemand? Da sind drei Stück. Ja, lass wieder runter, Curry. Okay, Klappe, Klappe. Mach die Klappe, Patrick. Super, Dennis, super. Äh, unter der Klappe sind direkt die, äh, die Geisel. Ja, ich hab grad durch die Löcher dahinten geguckt. Okay, die haben uns jetzt gecheckt. Habt ihr gehört? Direkt da drunter ist die Geisel. Ja, egal. Also nicht reinschmeißen. 3, 2, 1, Sprengung. Ich geh bei das Treppenhaus, ne? Ja. Noch ein bisschen Ablenkung. Ähm, Curry, im Waggon sitzt einer. Ja. Ja, wie, wie, das ist Kappe. In dem hier, oder was? Ja, 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 genau, genau, genau. Okay, go Curry, komm. Nice. Ist da noch jemand drin? Ich hab nur einen gesehen, aber es kann sein. Aber ich glaub nicht. Äh, ich glaube links, genau Curry, links hinten in der Ecke ist jetzt noch einer. Wo ist die Geisel? Genau dort drunter, oder? Ja, ja, ja. Bin mir aber nicht sicher, Curry. Ja, ja. Ah, fuck! Patrick kommt runter, der hat sich. Patrick kommt runter, der hat sich. Nice! Nimm die Geisel mit und hau ab durchs Fenster. Schnell, nehmt die Geisel mit. Jawoll. Ab einen. Genau. Sau. Sauber, Sauber. Super, Jungs. Super, Mann. Super, Mann. Alter, schießt's nicht offen. Das war gut, dass Dennis uns so aufklären konnte. Das war perfekt. Das war gut, Kevin. Du bist links rum, ich rechts rum. Einer musste den kriegen. War perfekt, ey. Kamera nicht e-check. Runde 3. 2-0. Sauber, ey. Oh, die machen wir den Sack zu, jetzt geht's rund, die hat noch ne Fahrt noch ne. Okay, wo wollen wir hin? Bahnmuseum oder wo wollen wir hin? Wollen wir, äh, Lesesaal vielleicht? Ja, lass mal Lesesaal. Oder Küche. Küchenkrölle. Oder Bar, ist auch immer gut. Küche oder Bar? Komm, Küchen. Komm, Bar. Küche, komm wir nehmen Küche. 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 Nehmen wir die Küche, machen wir uns halt fertig da, ne? Genau, Curry. Hä? Ne kleine Bratenburg im Haus. Damit rechnen die nicht. Ja, mit Kartoffeln und hier. Ja, ja, Sauerkraut. Ja, mit dem Blub und so. Ja. Ey, warum der Pot? Spinat, ey. Wie heißt das nochmal? Hinein ins Weekend, Felix. Auf einmal. Was? Achso, hier ist. Ja, okay. Jo, Westen. Westen, Freunde. Westen. Westen vom Besten, Dennis. Im Westen nix neues. Ich setze Stachetrad ein. Okay, weh'n der Satan, man. Weh'n der Satan, hier. Immer hier in der Eye. Warte, ey. Illegale Einwander-Audio. Immer zählen, wenn ihr ne Kamera kaputt macht, ne? Eins. Sehr gut. Drei. Harte, das ist, das ist unmenschlich. Einer hat seine Wäsche noch nicht. Also eine ist hier noch. Hier hüpft doch jemand da schon wieder. Zehn Sekunden noch. Zehn Sekunden. Du scheiß Ding. Zwei. Also eine habe ich jetzt auch. Ja, dann haben wir alle. Und es geht los. Alles klar, go Freunde. Hier, die Wände müssen wir noch ganz absafen eigentlich. Kann noch jemand eine Wand machen? Ja, ja, ja. Ich kann noch zwei machen. Bonso, hier. Zack. Wir können's auch gemeinsam machen. Haben wir die Runde schon safe? Tobi, hast du Granatendings platziert? Überall. Überall. Nice, Tobi. Sehr gut. Okay, dann geh' ich hier. Dann mach' ich die Tür hinten. Ja, dann mach' ich die hier hinten. Ja, mach' ich hier. Ne, das ist ja blöd. Ja, lass' mich die machen können. Ey, halt, ich komm' hier, ich komm' hier. Ey, halt, ich komm' hier, ich komm' hier. Spannendings Action. Willst du dich wirklich direkt an die Tür stellen, Alter? Ne, 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 ne. Jetzt nicht. Da ist ein Schild, glaub' ich, ne? Ja. Ich hab' die Tür hier. Gut, gut. Ne, 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 ne. Okay, Jungs. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wo war das? Das war bei uns wieder, ne? Ja. Das war wieder hier. Ja, dann guck' ich hier von der Seite rauf. Ja, sehr gut. Okay, da ist ein Schild drin. Mhm. Oh, nö. Ich hab' noch Nitro dabei, also, zur Not. Nitroglycerin. Vorsicht, Curry. Hä? Wo ist das? Hier bei uns. Ja. Ah, den haben wir schon. Ja, ein seichtes Atmen. Ah, fuck you, man. Nein. Dieser Schildfutzi, ey. Ah, fuck. Ja, Luke bei mir hinten. Aufgepasst. Ben lockt den, okay? Nein, lass ihn nicht. Einen hab' ich markiert. Schild geht wieder raus. Kommt einer durch die Luke durchs Kühlhaus. Aufgepasst. Okay, bei uns in dem Raum sind zwei. Mhm. Hallo. Hallo. Ja, Dennis, genau da. Termite. Okay, Termite kommt hier rein. Okay, Schild. Ja, den müsst ihr euch gemeinsam holen. Ja, wieso? Ben. Da sind zwei Leute drin. Scheiße. Scheiße. Ne, kann. Achtung, Achtung, Achtung. Nein, nicht schon wieder. Ist der drin? Ne, 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 ne. Bei mir nicht. Sponsor, Alter, pass auf. Oh, scheiße, ey. Der ist drin, der ist drin, der ist drin. Ja. Nice, Patrick. Alter, Schild, Patrick. Schild ist da. Ja, ja, ja. Ah, fuck, 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 fuck. Oh, Alter, nice. Oh, schade. Alter. Es war nur noch dieser eine Typ, oder? Ja, ich glaub schon. Zwei leider. Ah, zwei, aber krass. Schade, ey. Boah, diese Maus, Alter, ich muss die Knöpfe abmachen. Der reißt sich jetzt die Knöpfe da raus. Ey, das ist, ey, wir holen immer zwei Runden und dann verlieren wir wieder. Ja, chill. Ja, ne, ich wollt ja nur, dass... Aber das ist immer so, wir holen zwei Runden und dann verlieren wir erst mal wieder zwei, drei. Weißt du nicht, Parkgasse oder was nehmen wir, oder? Mir ist doch egal. Parkgasse ist ne... Parkgasse ist ne... Parkgasse ist ne... Wie heißt die bei Monopoly? Schlossstraße. Schloss... Schloss... Mann, 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 Mann. Nee, Schlossallee heißt die, oder? Schlossallee, genau. Schloss, ja. Schlossstraße. Was denn? Okay, Jungs, zwei, eins, hey. Ja, es muss ja spannend bleiben. Wir sind auf jeden Fall noch konzentriert, das ist super. Ich bin mega konzentriert. Pass mich an, Kevin. Hä? So? Fahr nach oben. Sorry. Äh, Erdgeschoss. Erdgeschoss. Ja, ja, ja. Nice! Sehr gut, Pisi. Doch im ersten Stock. Sehr gut, PDD, ey. Das ist Bücherei. Bücherei ist es. Weißt du nicht, erster Stock? Doch. Nee, es ist Erdgeschoss. Es ist Erdgeschoss. Nein! Doch, das ist Erdgeschoss, wie... Hä? Stimmt, stimmt. Erdgeschoss gibt's noch unten. Ja, 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 ja. Aha. Kompliziert. Das ist er, äh, erster Stock, ja. Äh... Aber wir haben's ja eh markiert, also. Oh Gott. Alles cool. Curry! Alles cool. Ehhh... Ich hab noch ne Dings, warte Kamera. Haha! Zack. Nein, ich gebe das doch nicht. Ja, ich mach wieder hier, äh... Schachtel oben, ne. Du alte Schachtel. Alter Flöte. Aber da steht ja nicht ein Tannenbaum oben auf dem Dach. Weihnachten ist vorbei, das Commerz-Scheiß-Ding. Hier stehen überall Tannenbaum oben auf dem Dach. Was soll das? Warte Tobi, ich komm mit dir. Will ich aber nicht. Ja, unsere Super-Einheit muss wieder zusammen. Warte, pass auf, da könnte jemand sitzen. Ja, das stimmt, ey. Aufpassen hier, ey. Checken die meistens nämlich nicht. Kann Nels runterschmeißen, wenn ihr wollt. Ja, ich hab auch, ich hab auch hier. Ja, aber wenn hier keiner sitzt, ist das Schwachsinn, glaube ich. Warte, 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 ich hab Kameras. Warte, 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 warte. Dennis, ey, da hast du ja mitgedacht da. Warte, ich schiff's auch mal rein. Na, hier ist nix, Jungs. Guti. Könnt ihr runter, komm, 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 hier ist nix. Okay, go. Guck mal gerade, wo vielleicht jemand sein kann. Warte, 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 ich hab markiert. Dick die Hände. Stopp, 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 stopp. Alter, wo? Tobi ist tot. Ich weiß, wo der ist. Mach mich nicht, Alter. Da, oder was? Bist du denn, warte mal. Direkt zu dir. Da, da war der gerade drin, hier innen. Nein, ich wollte die Granate schmeißen. Was für ein Ficker. So ein Mist. Richtig cooler Typ, einfach. Hat der ein Glück jetzt gehabt. Dann ist so einer, wenn der den auf der Straße sitzt, weiß der sofort, der kann das Spiel. Zack. Hast du den, Clory? Ja. Ja, klar. Wie der einfach alle holt. Kennt ihr das Spiel? Ein Raumschiffspiel. Ja, genau, ey. Oh. Pass auf, hier oben rechts. Hier hinten. Schon entdeckt. Wo oben rechts? Ich hab's grad markiert. Im Kühlhaus müssen wir so in die Kamera rein. Wow. Warst du das, Clory? Nein. Eine spontane Wand-Explosion. Habe alle denn das? Ja, ja. Nice, Clory. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Ich habe auch einen. Boah, das können wir machen. Das macht er jetzt noch da. Wo ist diese scheiß Kamera? Nice. Macht die auch nicht aus. Ich hab sie, ich hab sie. Wenn ihr das schafft, gehen wir zusammen auf ein Wollepieti-Konzert, Mann. Oh, geiles Pferd. Oh, ich hab Nades, warte. Wo, Curry? Ah. Pass auf, der hat ein Loch an der Wand. Ja, schießt er durch. Ah, er hat mich der Uhr an den Bock. Ich hab'n eigenen Trupp. Ich hätte nicht drauf, ich hätte nicht facen sollen. 40 Sekunden, Curry. Ja. Das ist immer dasselbe. Man weiß jetzt aber, man macht das trotzdem, ne? Das Strom, ne? Also, an der Wand da hinten. Ah, scheiße, Alter. Ja, dann kann ich ja viel machen. Da muss jeder eine Tür safen, ne? 20. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Magazinwechsel! Es bleiben noch 5 Sekunden. Boah. Shit. Shit. Dann machst du nix. Ach, fuck, ey. Na ja, gut. Mit seiner Zebra-Waffe. Ich glaube, ich hab sogar auf die Geisel geschossen. Bin mir aber nicht sicher. Ja, 2-2 wieder, was sag ich denn? 2-2. Der Dennis, der Dennis will uns grad hassen. Wo wollt ihr? So. Lese es einmal oder wieder Bahnmuseum? Du musst doch gleich weg, oder nicht? Na, vielleicht schaffe ich noch. Achso, okay, okay. Die letzte Runde, ne? Hier, wo wollen wir hin? Ähm. Lass mal im Lesesaal. Wollen wir wieder Bahnmuseum, Alter? Wobei, das war gerade Lesesaal, ne? Ja. Komm, go. Dann machen wir so wie eben, aber dann geh ich wieder in den Waggon. Ja, ja. Müsste eigentlich safe sein, ey. Kommt, Jungs. Kommt. Digli-Digen. Kommt, go, 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 go. Alles hinzumachen. Jawoll. Ich geh wieder hier hin, ne? Tobi macht wieder Granatendings, ja, ne? Achso, ja, genau. Westen, Westen. Die wissen direkt, dass wir hier sind. Ah, scheiße. Keine Dings. Drohne. Höffet ihr sich schon erhalten wieder, ey, wa? Tobi, genau. Sehr gut, ey. Der merkt sich dann alles, ne? Kann hier noch jemand ne Wand machen? Ja, ich komm jetzt. Ja, ich komm, warte. Schon passiert. Okay, Tobi macht. Sehr gut. Dann hier noch. Apavol. Dann müssen wir da noch absafen, ja. Wie viel könnt ihr noch, Patrick? Zwei. Kannst du noch eine? Ja. Kannst du auch noch eine, Dennis? Ja. Okay, dann machen wir auf dieser Seite genau dasselbe. Dann sind wir nämlich safe hier. Sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut. Okay, dann sind wir ja ready. Alright. Habt ihr, drei haben keine Weste. Oh, fuck shit. Ihr Anfänger. Ja, ich muss hier grad noch die Drohnen alle platt machen. Ja, ja, natürlich, komm. Vorsicht, eine Drohne, Jo. Okay, go. Mein Draht hat sie zerstört, pulverisiert. Sag mal ruhig. Ah, die machen grad die ganzen Drohnen kaputt. Weil die alle durch den Elektro scheiß fahren. Nice. Drei sind auf jeden Fall kaputt. Der barrikadiert. Okay. Explosion. Hör mal auf Steps zu machen, kurz bitte. Die sind über uns. Ja, Luke. Wenn ich die Bombe zünden soll, dann sag mal Bescheid, ne. Welche anderen Raum. Luke, Luke, Luke. Okay, Schildträger. In der Luke. Nice. Ah, fuck. Super. Da hat mich jemand in der Luke. Ah, von oben. Fuck ey. Das war doof. Ich hab ihn angehittet, Patrick. Ja. Lass ihn ruhig runterkommen, da ist Strom überall. Okay, okay. Ah, die springen auch da hinten. Rechts ist auch jemand. Warte, du hast die Luke, ja? Ja. Ja. Bleib einfach, die... Ja. Der hat sich da grad oben bewegt. Links, guck mal. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Links bei dir ist Dennis auf jeden Fall jemand. Und mir ist auch einer. Ja, ja. Pass auf nicht, dass du dich durch die Wand glitscht, Tobi. Vorsicht, er hat sich da rechts über was reingehauen. Nice, Patrick. Drei gegen drei. Warte, warte, Dennis, lass... Patrick, bleib mir in Deckung. Fuck. Ah, shit. Dennis, Luke, Schild. Der lag da unten auf dem Boden. Tobi? Pass auf, der könnte jetzt da runter springen. Hinter... Hier links, oder? Ja, links, ja. Da springt jetzt einer mit dem... Nice. Da ist noch einer, Tobi. Genau, da ist noch einer, ja. Ja. Ja, nice. Und jetzt nur noch Schild. Schild, Luke. Der kommt jetzt runter. Nein, Tobi, der ist... Nein! Dachte... Schade, aber gut gemacht, ey. Schade, Tobi. Schade. Die Luke war doch hier links da oben. Rechts oben, oder nicht? Der ist schon vorher runter gesprungen. Der war schon... Der war schon drin. Ach so. Ja, kannst nichts machen. Drei Leute. Fuck, man. Come on. Go, go, go. Ach, das ist ja links hier wieder. Ranked. Hä? Hä? Nach fünf Runden. Ey, Brons, wir spielen gerade Rainbow Six, ne? Brons, wir spielen auf dem PC, Alter. Ja. Nein, der Brons, ey. Der Brons ist ein guter Junge, ne? Ein guter, immer. Sagt der Arschpimper zum anderen Arschpimper. Immer nur diese V-Uteile Scheide, Mann. Das kannst du halt nicht verstehen. Pisser, ey. Hier, Leute. Muss sein. Oh Gott. Hier, Jungs, go. Aber wieder spannend. Ja, noch nichts aufgeben hier. Ja, letzte Runde auch für mich hier. 2-0, 2-1, 2-2, 2-3. Also wenn das Ding jetzt hier ausgeht, also wenn wir das jetzt hier verlieren sollten, tragisch, aber dann ist okay für mich, weil dann gibt's die ganze Folge. Sollte ich das nicht schaffen, jetzt, ja, dann könnt ihr die ganze Folge beim Curry, beim Bronze, beim Tobi oder beim Payset gucken. Oder beim Tobinator, lass uns spielen, LP. Okay, hier, äh, ist es jetzt erster, zweiter? Erster, ja. Ist erster. Ne, ist gar nicht erster. Das ist, äh, dein zweiter schon? Das ist zweiter, ja. Ich kann aber was damit machen. Ich das immer noch nicht weiß, aber... Ja, das Haus hier ist gigantisch, ey. Ja. Wie mein Penis. Irgendjemand muss dir das ja sagen, ne? Ha, geil. Kennst du das noch da? Da hab ich immer gedacht, ne, kommt dann jetzt zu Willow, weißt du? Die Leute wissen, dass ich einen dicken Pöbel hab. Woher? Du brauchst doch nicht nur extra sagen, ne? Kamera kaputt... Ja, gut. Kamera hab ich. Kamera kaputt. Kamera kaputt. Kamera... Kameraden! Dann kann's wahrscheinlich wieder sein, dass da oben jemand ist. Boah, da spring ich nicht noch mal rein. Warum nicht? Das war nicht cool. Ich lag neben dir tot. Das ist gut, ey. Ja. War das nicht so gut. Wollen wir den Fuß reinhauen, Dennis? Nein, das sind Geisel. Egal. Kollateralschaden. Okay. Der ist einer. Moment. What? Oh, oh. Da läuft jemand, Alter. Der liebt da grad lang. Wollte mich verarschen. Ich hab nichts gesehen. Wo denn? Hier ist einer. Bei uns. Flash Gordon. Ah, du! Nein! Ben, der sitzt unten an der Ecke. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Wie dumm! Ich kann einfach nicht schießen. Hab ihn! Oh, ich hab noch 75 Punkte bekommen. Danke, Tobi. Tobi, genau. Direkt vor dir unten am Gang. Bleibt doch hier oben. Zwei kommen von der Seite oder so dann. Ich seh da niemanden, ey. Rechts, rechts. Wenn, fahr mal kurz rum. Ich markier, ich markier. Ah! Ja, da sitzt einer drauf. Einer. Da ist noch einer um die Ecke, hier. Fah! Fah! Wo saß der denn? Schön. Boah, Alter. 13 leben wir noch. Na, das sieht nicht so gut aus, ne? Also, falls das Match hier zu Ende ist, ich hab wenigstens ne positive Kill Deathstead, ey. Ich hab zwei Fünfer, Alter. Okay. Nee, Bronze. Nee. Doch. Ja, schieß! Schieß! Jawoll. Nice, Bronze. Bronze, ey. Der mischt die auf. Also, wer eskaliert, ey. Ah! Loll! Hä? Der lag da hinter dem Ball, Alter. Wie krass, wie krass. Da, Bronzi! Bronzi! Nice! Was war das? Nein, der konnte sich safe in, Bronze. Ja, geh doch einer, Mann! Sprachsteuerung. Oh, die Sau. Oh! Links! Der ist links in der Tür gewesen. Lass ihn kommen, Bronze, lass ihn kommen. Safe. Ja. Pistole, Pistole, Pistole. Schieß! Kannst er da von hinten kommen? Geh rein, schieß! Ja, der kommt von hinten. Nicht so. Face sie nicht so, Alter. Warte, weiter, weiter. Ja, Mann! Ja, Mann! Bronze! Bronzi! Nice, Alter! So, liebe Freunde. Die ganze Folge ist in der Video. Nice, Mann! Ich muss jetzt leider verlassen. Ey, so hart es klingt. Also, beim Tobi. Sehr geil! Verlinken, beim Bronze Bild unter dem Kanal verlinken. Und in der Videobeschreibung verlinken. Und in der Videobeschreibung verlinken. Und natürlich beim Currywurst. Ja. Tun mir leid, dass es gehen muss, aber es dringend. Bis dahin, danke! Und bei den Jungs geht es weiter. Viel Glück, Jungs! Ihr schafft das! Jo! Wenn ich gleich wieder da bin, machen wir weiter, Tobi! Jo, bis gleich! Hau rein! Was, Penis? Jo! Weißt du, lief da ein Ranked-Matter. Ah, shit, Alter. Das ist nur richtige Lieber, ne? Äh, Weihnachtsmarkt? Ich bin jetzt 20 Tage gebannt. Ja, ja. Für 20 Tage? Ich glaube nicht. Die Jungs! Hä? Drei von vier Spielen? Achso. Eine Runde, ne? Eine Runde gewinnen, dann haben wir das Ding, Freunde. Echt? Also, nee, nee, doch nicht. Nee, nee, das Matchball. Machen wir doch nicht so eine Hoffnung, Alter. Ihr müsst die Geisel finden. Oh, Alter. Das war grad spannend, ey. Das war mega. Also, die letzten Runden waren echt alle super spannend. Ja, das Problem ist halt jetzt nur, wenn wir jetzt wieder eine Woche Pause haben oder so, dann ist das halt wieder... Aber wir kommen halt relativ schnell immer rein, das merkt man, ne? Wir hatten jetzt, nach zwei Matches, da waren wir schon drin. Ja, das stimmt nicht. Können uns auch mal eine Stunde, sonst ein schwächstes Mal, und dann können wir erstmal auch nicht. Das wäre langweilig. Okay, äh, ich glaube erster Stock. Okay. Was willst du morgen auch nehmen? Ne, doch kein erster Stock. Dann vielleicht zweiter Stock, Patrick. Ja. Ja. Ja, zweiter Stock, ne? Ja. Hast du das Ziel? Ja. Nice. Super, Patrick. Ja. Was ist das für ein Raum da oben? Das ist genau dasselbe wie gerade, glaub... Ja, also ein bisschen weiter vorne, glaub ich, ne? Ja, ich geh was nach. Boah. Ja, der eine Typ hat sich auch wieder hinter die, die... Ich glaub, das sind genau dieselben Poses wie gerade. Oh, fuck you. Na, Curry kriegst du nicht hin, oder? Ne, ich hab schnell abseilen gedrückt. Bitte was? Ich wusste ja nach oben, das hab ich vergessen. Ich mach ja auch nen Pott auch immer, ja. Dann drückst du schnell abseilen, hörst du nicht? Na, Curry kriegst du nicht hin, oder? Ich bin jetzt da, ne? Lass mich lieber mit dem Schild, ne? Ja, ich bin da schon. Ja, lass mich lieber mit dem Schild, Tobi, geh weg da, geh weg da. Alles gut, alles gut. Hey, was? Ähm, wo ist der? Ich will den Granater reinschmeißen. Warte, 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 warte. Die Geist sind nicht hier in dem Raum, ne? Nein. Ja, also, kriegt der eine Granater ab. Guck mal hier, guck mal hier. Zack, keiner behalten den Rest. Patrick, ey. Einer ist da vorne, aber nicht, nicht zeigen, nicht zeigen. Ja, ich will aber, ich will wissen, wo der ist. Ja, guck mal ganz kurz, ich will die Granate schmeißen. So, hä? Hm. Pass auf, alter, pass auf. Nein, alter! Äh, Patrick! Alter, was machst du denn die ganze Zeit? Alter, ich hab geschrieben, ich war im Chat drin. Der ist auf der rechten Seite, der ist genau hier. Soll er über Facebook chatten, man? Nein! Was? Da saß da. Sorry, Leute. Das war echt nicht extra. Das ist typischer Patrick, ne? Schmeißt immer die Granaten auf euch. Guck mal, der zeigt sich gleich. Ja, das stimmt aber irgendwie. Siehst du den nicht, Tobi, alter? Ne, ich seh den nicht alle. Ah! Nein! Wie kann das sein, dass wir die nicht holen? Wir waren zu zweit, alter! Ich hab keine Ahnung. Patrick, ey. Fuck! Ja. Ich bin einfach gestorben. Ich wurde weggeholt an der Rand von so ner Bombe, ey. Voll geil. Für 2 gegen 4. Geh rein, alter! LoL! Du bist doch ein, was er denn, ey. Er liegt am Frühling. Hey, Patrick. Patrick. Das ist deine Runde. Den hast du, alter. Den hast du, man. Nice! Warte, ich mach das jetzt. Ah, ich bin da lachen. Ne, ne? Doch, doch. Aber du machst das. Wir sind mental bei dir, Patrick. Der braucht nicht. Ja, okay. Also schön vorsichtig. Lass dich jetzt gar nicht irgendwie aus der Ruhe bringen, oder so. Wie der da unten liegt hat. Sechste. Wurschel. Boah, ich hab drum auf Döner, man. Rechts ist ne Treppe, Patrick, ne? Okay. Alles gut. Klingt doch. Mit alt bist du unsichtbar, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich kenn das. Pass auf. Rinde, komm. Nice! Okay, warte. Jetzt geht da und links. Geh links rum. Schöne Musik hier. Genau. Schön links bleiben. Schön links bleiben. Genau. Guck hier hinter, guck hier hinter die Bar. Hier rechts hinter die Bar. Nicht, dass da jemand liegt, Patrick. Das hab ich vorhin auch gedacht. Wie der da hockt, ey. Wieso, ey. Wie der das wusste, Alter. Ja, das hab ich mich auch gerade gefragt. Hä? Hat halt einfach die Dings abgesaved, ne? Schade, Mann. Schade, ey. Ja, schade. Kann man nix machen, aber gut. Ja, ja, passiert. Hä, lol. Ach, die müssen ja noch. Ja, das war noch nicht. Stimmt. Ich dachte, wir werden... Alter, wir geben jetzt hier auf. Natürlich nicht. Voll motiviert. Okay, was machen wir? Bahnmuseum? Keine Ahnung. Das ist ein Bahnmuseum, ja. Das ist gut. Das ist safe. Quasi. Leute. Go, go, go. Noch ist nix gegessen, ne? Aber müssten wir nicht eigentlich noch den Spieler nachkriegen? Ne, ich glaub, das geht jetzt nicht mehr. Ne, ich glaub, das ist nur, wenn der... Wenn alle weg sind. Also, wenn der vorher bei uns war. Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Hier ist die Luke. Da erstmal Strom. Wo ist die Luke hier? Okay, dann werd ich jetzt Dennis Position einnehmen. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt einen weniger haben. Egal. Können wir nicht machen. Da können wir nichts dran ändern. Da können wir nichts dran rütteln und schütteln. Wir haben eine Drohne. Tobi, kannst du hier wieder so ein geiles Ding hinmachen? Ah, die alte, ja. Die Fresse da, ja. Warte mal. Warte mal. Genauso wie eben, ja? Auch mit den Wänden und so wieder. Ja. Ach. Dreck. Hier, komm, Wände, Wände, Wände. Ich hab keine Wände mehr. Tobi, hast du schon Wände? Komm hier, Wände, Wände, Leute. Mach hier noch einen hin. Wo denn? Wo ich stehe. Geisel ist entdeckt. Hier muss noch eine. Dringend. Ja, Wand hab ich nicht. Warte, du musst wieder in dein Waggon, ne? Oh, das ist aber kacke, kacke geschützt jetzt hier. Oder geh hier hin. Ne, ich geh wieder gerne in Waggon. Äh, Waggon. Okay. Okay, ab geht's. Aber wenn dann wieder einer mit dem Schild ist, ey, das ist kacke dann. So, witt, witt auch ich nochmal mit dem Schild sein. Ja, dann musst du auf jeden Fall dich direkt hin hocken, damit du, falls er dich beschießt, direkt weg gehen kannst. Ja, ja, ja. Okay, Jungs, go. Hier ist einer, Tobi da, pass auf. Links, ne? Ja, ja. Ich schloss dir der Wand jetzt auch ne Wäsche will hier. Über uns kann sein, oder, Patrick? Mh, nichts gehört. Warte, hier, glaub ich. Ah, ich glaub das wieder über uns. Wow. Luke is down. Da ist ein Schild, da ist ein Schild, Patrick, da ist ein Schild. Ja, fack, 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 Patrick. Nicht liegen bleiben. Ja, ja, ja. Boah, der hat mir echt schon abgezogen. Du liegst ja immer noch. Ja. Ihr kriegt mich aber so nicht. Okay. Na! Ja. Das war ne Granate. Nein, war es nicht. Sprech, hä? Mit der Pistole? Scheiße. Ist das offen jetzt da, oder was? Ja. Ja, ja. Also einer muss jetzt gucken, dass da keiner runterspringt, ne? Ja, das ist eh noch Draht. So ist gut, Ben. Nice. Achtung, da kommt der Schild. Nein! Ja, wo kommt der denn jetzt her? Ja, ich bin tot. Der Typ geht ab, die Schweine, oder was ich meine. Ja. Scheiße, man. Das ärgert mich. Ah, fuck you. Shit. Man macht ja nichts. Shit. Ärgerlich. Ihr könnt wie die wilden, ey. Aber das ist bei einer weniger. Ja, klar. Alles denn ist schön, ne? Der Dennis ist mal nicht rausgegangen, ey. Ja, ist echt so. Herz der Reise und Liederlage. Dafür haben wir zweimal gewonnen. Kann man doch machen. Schade, schade, schade. War nur ein wunderschönen Abend. Dann sehen wir uns mit Dennis beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao. Und tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ich bin aber 16. Hey, ich bin drei, Alter. 17, Alter. Nice, Freunde. Das freut mich doch richtig, ey.